Es ist, das kann ich Ihnen sagen, alles angerichtet. Rasentop, Zuschauer sind da, ausverkaufte Hütte und die äußeren Bedingungen, die sind auch wirklich ideal. Den ganzen Tag über hat die Sonne rausgeguckt, es war wolkenlos und die Wettervorhersehe sagt auch, es soll auch so bleiben an diesem Abend. Freunden uns auf ein hoffentlich großartiges Fußballspiel. In dieser Region ist dieses Stadion hier das Markanteste. Der Schiedsrichter, keine Frage, das war faul, also Freistoß. Und da ist der Pass. Alexander Armut. De Bruyne. De Bruyne. Drehstehen, Einfahrt nach vorn. Johann Treuf. Cristiano Ronaldo. Ball ist über der Tor aus Linie, das gibt Abschluss. Hier ist Messi. Er ist einfach ein bisschen zu eigensinnig, hätte früher den Pass spielen müssen. Da war er voll auf der Höhe. Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Das ist bei ihm das Problem im Aufbauspiel, es fehlt die allerletzte Präzision im entscheidenden Moment des Passes. Ein Lupfer, ja, jetzt da, und Tor! Ein wirklich brillantes Tor. Bremen geht in Führung, 1 zu 0. So kennt man ihn, das ist ein Vollstrecker vor dem Herren, das ist Mr. Zuverlässig. De Jong. Kimmich. Gut abgelaufen, Gefahr erkannt, Gefahr gewandt. Messi. Das ist sehr anständiges Pressing-Valten. Kreuf. Gut geklärt von Laporte. Ein langer Lauf Richtung Tor. Weltklasse-Technik. Jetzt ist Übersicht gefragt. Abschluss! Ganz knapp am Tor vorbei. Den hat er verzogen, wirklich Pech gehabt in dieser Situation. Alexander Haralds. Kimmich. Gewinnt den Ball für sein Team zurück. Das ist nicht mehr regelkonform, das muss Freistoß geben. Wenn Vika Lissabon schon mit zweimal geht. Cristiano Ronald. In einer für ihn ganz undankbaren Situation. Er steht mit dem Rücken zum Tor. Daraus was zu machen, das ist schwierig. Vor allem, wenn die Verteidiger so gut aufpassen wie hier. Alexander Haralds. Für Bräune. Hier ist bislang nur ein Treffer gefallen, aber das ist eben auch dieser feine Unterschied. 1 zu 0 der Spielstadt. Das sind natürlich genau die Situationen, die ein Stürmer nicht lieben. Mit dem Rücken zum Tor. Der Gegner ist dran. Das konnte nichts werden. Ja genau, müsste ein Wurf geben. Er zieht durch. Einige Landsleifte des Kiebers. Es gibt eine Menge Torhüter, die diesen Ball nicht gehalten hätten. Kimmich. Thiago. Ein feiner Pass. Allein vor dem Torwart. Alexander Haralds. De Jong. Eben ja schon, ist Sissgeber. Hier ist Müller. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Kevin De Bruyne bringt den Ball rein. Abgefallen. Gut gemacht. Das Ding passt. Das könnte was werden. Es geht über links. Benfica Lissabon fordert die Ecke und der Schiri sieht es genauso. Thiago. Auf geht's in die Kabinen. Es ist Halbzeit. Die Mannschaft hat ihren Rhythmus gefunden. Insbesondere läuferisch ist das eine ganz starke Leistung. Mit einem 1 zu 0 geht's also in die Pause. Der Start in die zweite Hälfte. Sie sollten die Partie vielleicht so angehen, als würde es noch 0 zu 0 stehen. Die Konzentration müssen sie auf jeden Fall hochhalten. Das sieht vielversprechend aus. Physisch enorm präsent. Guter Einsatz. So was sieht man immer gerne. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Nein, das wird nichts. Wobei es ja ganz vielversprechend aussah. Ab in Richtung Tor. Da haben sie am Treffer geschnuppert. Na vielleicht erarbeitet er sicher nochmal die nächste Chance. Hier hat er einfach nur Pech gehabt, dass der Ball nicht im Netz, sondern am Pfosten landete. Die Chance für Eintritt hat er richtig gut gemacht. Thiago. Und hier ist wieder Schluss. Thiago war eigentlich schon fast durch und ist dann im letzten Moment doch noch gescheitert. Okay, er ist derjenige, der die Chance vergibt, aber seine Mannschaftskameraden müssen sich natürlich die Frage gefallen lassen. Warum helft ihr ihm nicht? Thiago. Er hat ihn einfach stehen lassen. Sauberer Vorstoß, aber am Ende haben sie ihm doch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Johann Kreuth. Und er läuft und läuft und läuft und läuft. Müller. Und ein Schuss. Brillant rausgeholt. Die rennen ja immer wieder wie gegen eine Wand. Man spürt Müller. Sauberer Vorstoß. Die Baller. Und der Ball ist futsch. Alexander Armut. Johann Kreuth. Die Chance. Junge, 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 da faggelt er nicht lange knapp vorbei. Warte, keine Sekunde gezögert, ist sofort zum Abschluss gekommen. Das hat er gut gemacht. Aber er hat es nicht gut genug gemacht. Er hat ihn auf dem Fuß. Das könnte... Der ist drin. Sie spielen sich schon in einem kleinen Rausch. So eng sie ihn auch zu decken versuchen, sie können ihn nicht am Schuss hindern. Von seiner Kategorie gibt es nicht viele. Er ist eng gedeckt. Aber wie er seinen Körper da einsetzt, das ist eine Augenweide. So ein Tor machen wenige. 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 Es ist Zeit für neue Energie. Und damit steht es 2 zu 0. Sie haben durch das zweite Tor zusätzlich an Dominanz und Selbstvertrauen gewonnen. Jetzt müssen Sie das Ding nur noch nach Hause fahren, indem Sie entweder einen Treffer nachschieben oder hinten dicht machen. Bin gespannt, für welche Strategie Sie sich entscheiden. Pizzi hat versucht, den Ball durchzuspielen, aber ohne Erfolg. Das war einfach schlampig. Sie müssen definitiv an Ihrer Präzision arbeiten. Das ist sehr anständiges Pressing-Fall. Wirra. Ah, toll aufgelegt. Und er läuft in die Abseitsfalle. Zum richtigen Zeitpunkt zur Stelle. Er bringt ihn. Hier hätten Sie das 3 zu 0 wirklich machen müssen. Das ist fahrlässig. Sie haben offensichtlich den Eindruck, dass Sie schon durch sind. Aber Sie sind noch nicht durch. Ah, das ist die kurze Variante. Aber Astrein vom Ball getrennt. Ich weiß, dass er nur ungern den Kürzeren zieht. Aber hier muss er sich eingestehen, dass ihm sein Gegenspieler den Schneid abgekauft hat. Was für ein Getümmel. Ich bin mir ziemlich sicher, da gab es einfach kein Durchkommen. Alexander Armour. Davis. Müller. Vierer. Alexander Armour. Kreuf. Er streckt sich und kommt an die Kugel ran. Findet er ihn? Er könnte zum Tor ziehen. Johann Kreuf mit der Flanke. Alexander Armour. Hauht die Kugel nach vorne. Und der Schiedsrichter macht dem Ganzen hier ein Ende. Eine richtig gute Leistung spiegelt sich heute im Ergebnis wieder. Das Team hat ganze Arbeit geleistet. Hansi, komm, deine Einschätzung. Da hat der Trainer sich vorher seine Strategie zurechtgelegt. Er hat gesagt, heute verteidigen wir mal ganz hoch. Und darum ist es auch ein Sieg der richtigen Strategie. Wir verabschieden uns. Hansi, was hätte ich ohne deine Expertise gemacht? Herzlichen Dank dafür. Immer wieder gern, Marco. Freunde. Interessant... 2015